Man bekommt ein ganz klares Bewusstsein für die Begrenzung des Lebens und man erkennt die Notwendigkeit, dieses Leben intensiv zu gestalten, weil einfach ganz offensichtlich ist, dass der Tod immer zu früh kommt und immer ein Gefühl von verpasster Gelegenheit bis auf wenige Ausnahmen deutlich wird. Kann man denn sagen, dass, überspitzt gesagt, Tod für Sie ein Schrecken verloren hat? Nein, das kann man nicht sagen. Also dazu lebe ich noch zu intensiv und bin nicht alt genug, als dass ich es nicht schrecklich fände, plötzlich nicht mehr zu leben. Allerdings habe ich eine, ich akzeptiere den Tod. Auch wenn ich Angst vor ihm habe. Vielen Dank. Zum responsibleen